Musik In dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, geht es um Zukunftsdinge. Der Jünger Jesu und Apostel Johannes hat hier in der Verbannung auf Patmos Dinge geschaut, Visionen gehabt, die ihm Aufschluss gegeben haben über das Ende der Welt, das Ende der Zeiten, was auf uns zukommt. Gott hat es ihm offenbart. Und Johannes schreibt es hier nun in diesem Buch nieder und vieles von dem können wir gar nicht richtig verstehen und einordnen. Viele Begriffe sind symbolisch zu verstehen. Aber trotzdem ist dieses Buch wichtig und wir müssen es kennen und lesen, denn es gehört zu Gottes Evangelium, zur frohen Botschaft für uns. Ich lese heute wieder einige Verse aus dem Kapitel 20 in Offenbarung und die Überschrift lautet da Die vorläufige Fesselung des Satans und die tausendjährige Herrschaft des Retters und der Menschen, die für ihn ihr Leben ließen. Also darum geht es in diesem Kapitel. Ich lese aber nur Kapitel 20 von Vers 1 bis 6. Und das ist wohl das tausendjährige Reich, um das es sich handelt. Es heißt hier, Danach sah ich einen Engel aus dem Himmel herabkommen, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine starke Kette in der Hand. Er packte den Drachen, die alte Schlange, die auch Teufel und Satan genannt wird, und fesselte ihn für tausend Jahre. Der Engel warf ihn in den Abgrund, schloss den Eingang ab und versiegelte ihn. So konnte der Drache die Völker tausend Jahre lang nicht mehr verführen. Wenn sie um sind, muss er für eine kurze Zeit freigelassen werden. Dann sah ich Thronsessel. Denen, die darauf Platz nahmen, wurde die Vollmacht erteilt, Gericht zu halten. Weiter sah ich die Seelen der Menschen, die enthauptet worden waren, weil sie an der Botschaft Gottes festhielten, an all dem, wofür Jesus als Zeuge einsteht. Ich sah auch die Seelen der Menschen, die weder das Tier noch sein Standbild angebetet hatten und auch nicht das Kennzeichen des Tieres auf ihrer Stirn oder ihrer Hand trugen. Sie alle wurden wieder lebendig und herrschten zusammen mit Christus tausend Jahre lang. Die übrigen Toten wurden noch nicht wieder lebendig. Das wird erst geschehen, wenn die tausend Jahre um sind. Dies ist die erste Auferstehung. Freuen dürfen sich die Auserwählten, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Der zweite Tod, der endgültige, kann ihnen nichts anhaben. Sie werden Gott und Christus als Priester dienen und tausend Jahre lang mit Christus herrschen. Also hier wird das beschrieben, was wir gewöhnlich als das tausendjährige Reich bezeichnen oder mit dem Fachausdruck das Millennium. Seit 1988 haben wir in der deutschen Abteilung bei Radio HCJB Computer. Wir, also in der deutschen Abteilung, waren mit die Ersten in der ganzen Mission, die sich an diese Maschinen heranwagten. Am Anfang war es nicht leicht. Da war niemand, der uns diese unheimlichen Geräte erklären konnte. So haben wir viele Stunden damit zugebracht, die Handbücher mit den Anleitungen zu lesen und die Programme auszuprobieren. Dabei ist uns aufgefallen, dass wir praktisch eine neue Sprache lernen mussten. Die Computersprache. Sicher, wir hatten einige Programme in Deutsch und andere in Englisch. Aber jedes Mal, wenn wir dachten, dieses oder jenes Wort zu kennen und zu verstehen, dann merkten wir, dass es im Umgang mit dem Computer eine andere Bedeutung hatte. Da waren Worte wie Speichern, Laden, Löschen, Kopieren, Drucken, die einem immer wieder auf dem Bildschirm begegneten. Dazu kamen Ausdrücke wie Datei, Directory, Software, Anwender, Harddisk und Festplatte und wie die Worte alle hießen. Viele der Begriffe verstanden wir schon. Man weiß zum Beispiel, was es heißt, ein Gewehr zu laden oder einen Brand zu löschen. Aber was Laden und Löschen bei einem Computer bewirkt, das musste man erst einmal verstehen und lernen. Die Personen, die sich mit Herstellung von Computerprogrammen oder Software, wie man das auch nennt, beschäftigen, sind hochspezialisierte Fachleute. Für sie sind all die Begriffe, über die wir stolpern, das tägliche Brot. Sie wissen, was gemeint ist und es ist für sie am einfachsten, genauesten und schnellsten, wenn sie diese Spezialausdrücke gebrauchen. Das Problem beginnt da, wo sie den Laien oder den einfachen Anwendern klar machen sollen, wie die Programme funktionieren und was man damit machen kann. Wenn ein Neuling so ein Handbuch über ein Computerprogramm in die Hand nimmt, versteht er wahrscheinlich erst einmal gar nichts. Er kennt eben die Computersprache noch nicht. Den einfachen Mann interessiert es auch wenig, wie die ganzen Programme entstehen und wie die Befehle alle heißen und noch weniger, was da in der Maschine vorgeht. Er möchte nur seine Buchhaltung, seine Korrespondenz und seine Adressenkartei einfacher und schneller erledigen. Um die Programme aber auch diesen Leuten verständlich zu machen, hat man drei verschiedene Lösungen ausprobiert. Erstens, Einfügen einer Erklärung des technischen Ausdrucks in Klammern innerhalb des Textes. Zweitens, ein Glossar oder eine Begriffserklärung aller technischen Ausdrücke am Ende des Handbuches. Und drittens, die Umschreibung der schwierigen Begriffe mit allgemein verständlichen Worten. Alles das kann helfen, die Fachausdrücke besser zu verstehen und die Computersprache langsam zu erlernen. Aber eines ist nicht möglich, die im Umgang mit Computern erforderlichen Begriffe zu vermeiden. Ob wir es wollen oder nicht, wenn wir in Sachen Computer mitreden wollen, dann müssen wir eine neue Sprache lernen. Ähnlich ist die Sache ja auch mit den Ingenieuren, den Ärzten, den Kaufleuten, den Buchhaltern und Tischlern. Alle haben so ihre Fachausdrücke und eine Sprache, die nur die Eingeweihten verstehen. Sicher können sie einem Laien auch klar machen, was sie sagen wollen, aber es ist umständlich und trifft die Sache meist nicht so präzise. Hast du schon einmal daran gedacht, dass es bei Christen auch so ist? Sie haben auch so ihre bestimmten Fachausdrücke, die sie in ihrer Umgangssprache immer wieder gebrauchen. Jemand, der die Bibel nicht kennt, versteht aber nicht, wovon die Rede ist. Für einen Theologen ist es sofort klar, was gemeint ist, wenn man den Pentateuch erwähnt und vom Deuteronomium spricht. Das Tabernakel ist für ihn kein Geheimnis und er weiß genau, was der Unterschied zwischen der assyrischen und der babylonischen Gefangenschaft ist. Die Begriffe Himmel und Hölle umschließen ein weites und nicht immer eindeutiges Feld für ihn. Und wenn wir von Bekehrung, Entrückung und Millennium sprechen, dann weiß er sofort, was gemeint ist und in welcher Schublade er seinen Gesprächspartner einordnen muss. Im heutigen Bibeltext lasen wir die ersten Vers aus Offenbarung Kapitel 20. Hier war mehrmals die Rede von tausend Jahren. Diese tausend Jahre sind zu einem feststehenden Begriff in der Theologie geworden und leider auch zu einem kontroversen Thema. Nur einmal in der ganzen Bibel wird von diesem begrenzten Zeitabschnitt der tausend Jahre gesprochen. Man nennt diese Zeit auch das Millennium. Der Ausdruck kommt aus dem Lateinischen, wo mil, tausend, bedeutet und annum, Jahr. Das Millennium ist also diese bestimmte tausend-Jahr-Periode. Bevor wir uns darüber unterhalten, wie man nun dieses Millennium interpretieren soll, wollen wir erst einmal sehen, was die Kennzeichen dieses tausendjährigen Reiches eigentlich sind. Erstens, Satan, der Teufel, wird für tausend Jahre gefesselt in einem Abgrund bleiben. In dem Millennium wird es also keine Verführung und keine Bedrohung durch den Teufel geben. Er ist zwar noch nicht endgültig gerichtet, aber außer Gefecht gesetzt und gebunden. Zweitens, das Millennium ist eine begrenzte Zeit. Sie hat ihren Anfang und ihr Ende. Eine genaue Zahl über die Dauer wird mehrmals in diesen sechs Versen der Offenbarung erwähnt. Es wird auch genau gesagt, was unmittelbar vor diesen tausend Jahren geschieht. Da besiegt Jesus nämlich die feindlichen Heere unter der Führung des Antichristen und des falschen Propheten. Eine ungeheuer große Zahl gottfeindlicher Menschen wird da vernichtet und der Antichrist wird in den feurigen See geworfen. Es wird auch genau beschrieben, wie es nach dem tausendjährigen Reich weitergeht. Dann folgt nämlich das Gericht vor dem großen weißen Thron, wo alle Toten erscheinen werden. Und jeder, dessen Name nicht im Buch des Lebens gefunden wird, wird in den Feuersee geworfen. Drittens, Christus herrscht in diesem tausendjährigen Reich als König. Er wird uneingeschränkt anerkannt als Autorität und Herr. Im Millennium wird Jesus mit eisernem Zepter regieren und die Sünden nicht mehr tolerieren, sondern gleich mit dem Tode bestrafen. Niemand wird ihn mehr verspotten und demütigen wie zur Zeit, als er vor Gericht gestellt und von den Menschen zum Kreuzestod verurteilt wurde. Viertens, Christus herrscht nicht alleine, sondern eine Menge Leute auf Thronsesseln ist dabei. Sie haben Vollmacht, Gericht zu halten. Auch die Seelen derer sind in die Regierung einbezogen, die hingerichtet worden waren, weil sie den Antichristen nicht angebetet hatten. Diese vielen Menschen, Freunde Jesu, die hier bei der Regierung beteiligt sind, geben den Eindruck, dass Jesus über die ganze Erde herrscht. So wird uns in diesem Abschnitt das Millennium oder das tausendjährige Reich beschrieben. Bei Jesaja und anderen Propheten im Alten Testament gibt es auch noch Hinweise auf diese Zeit. Da wird betont, dass es ein Friedensreich sein wird, in dem es keinen Krieg gibt und die Menschen alle friedlich nebeneinander wohnen. Sogar die Tiere haben teilweise ihre Aggressivität und Gefährlichkeit verloren. Wer sich der Herrschaft Jesu unterordnet, wird ungewöhnlich lange leben und die Menschheit wird einen ungeahnten Wohlstand erreichen. Und das Volk der Juden wird im Millennium noch einmal eine besonders wichtige Rolle bei der Evangelisierung der Welt spielen. Nun aber kommen wir zu der entscheidenden Frage, die von vielen Theologen diskutiert wird. Ist dieser Bibelabschnitt wörtlich zu nehmen oder ist er symbolisch zu verstehen? Sind die tausend Jahre wirklich tausend Jahre von 365 Tagen oder ist es eine symbolische Zahl, die einfach eine lange Zeit bedeutet? Und dann fragen wir uns auch, ob das Millennium auf dieser Erde stattfinden oder ob es ein himmlisches, geistliches Reich ist. Ich muss zugeben, dass gerade die Offenbarung sehr reich an Symbolen ist. Viele Dinge können wir nicht wörtlich nehmen, sie müssen interpretiert werden. Manchmal stehen hier Personen für Systeme oder Gesinnungen und Tiere für Geister. Jesus wird als Lamm bezeichnet, die Schar der Gläubigen als Braut, die Synkretistische Kirche als Hure und so weiter. Wieso sollte man die Beschreibung des Millenniums wörtlich nehmen? Tatsache ist, dass es hierüber mindestens drei verschiedene Ansichten gibt. Erstens, die einen nennen sich selber die Amillenianisten. Sie glauben, dass man diese Bibelstelle nicht wörtlich nehmen darf. Christus wird nicht auf dieser Erde herrschen. Tausend Jahre heißt einfach eine sehr lange Zeit, muss aber nicht bedeuten, dass es wirklich tausend Jahre sind. Nach Meinung der Amillenialisten kümmert man sich am besten nicht um diese Bibelstellen, die keine besondere Bedeutung für uns haben. Zweitens, eine andere Gruppe von Auslegern meint, dass das tausendjährige Reich schon begonnen hat. Mit dem Kommen Christi und der Ausbreitung des Evangeliums wurde der Satan gebunden. Seitdem dehnt sich die Herrschaft Christi langsam über die ganze Erde aus. Die Sünde wird unterdrückt, das Friedensreiche nimmt mehr und mehr Gestalt an, die Bedingungen auf der Erde werden immer besser und bald haben wir Wohlstand und Frieden für alle erreicht. Es wird ein Paradies auf Erden geben. Leute, die dieser Interpretation zustimmen, nennen sich die Postmillenialisten. Post heißt nach. Sie glauben eben, dass wir in der Zeit nach oder am Ende des tausendjährigen Reiches leben. Drittens gibt es noch eine andere Gruppe von Theologen, die sagt, die Verse in Offenbarung 20 müssen wörtlich genommen werden. Jesus wird auf dieser Erde herrschen und mit ihm alle Gläubigen. Es wird ein Friedensreich sein, wo Jesus mit eisernem Zepter regiert und jede Sünde gleich mit dem Tode bestraft wird. Die tausend Jahre sind wirklich tausend Jahre, die mit der Freilassung des gebundenen Teufels enden. Das Millennium ist noch zukünftig und beginnt nach dem großen Sieg Jesu über alle feindlichen Heere unter der Führung des Antichristen. Leute, mit diesem Verständnis nennt man die Prämillenialisten, weil sie glauben, wir leben noch in der Zeit vor dem Millennium. Ich hoffe, du hast mir bis hierher folgen können. Wir haben ein wenig theologische Fachsprache gebraucht, nicht um dich zu beleidigen oder dir zu zeigen, wie viel wir wissen, sondern einfach, um auch einmal von den Dingen zu sprechen, die jeder Christ wissen sollte, die aber nicht oft in unseren Kirchen behandelt werden. Was mich jetzt noch interessiert, ist eine andere Frage. Macht es eigentlich einen Unterschied, was wir über das Millennium glauben? Ist es nicht egal, ob es ein Millennium gibt oder nicht? Ist es nicht gleichgültig, ob das tausendjährige Reich auf dieser Erde stattfindet oder im Himmel? Was haben wir schon damit zu tun, ob es wirklich tausend Jahre sind oder ein paar Jahre mehr oder weniger? Und dazu möchte ich Folgendes zu Bedenken geben. Erstens, entweder alles ist für uns wichtig, was Gott in seinem Wort sagt, oder alles ist unwichtig. Gott hat es für nötig befunden, uns von den Dingen der Zukunft in der Offenbarung zu berichten. Dazu gehören auch die Verse 1 bis 6 vom Kapitel 20. Wer diese Stelle als unwichtig ansieht, der wird wohl auch die anderen Aussagen der Bibel als unbedeutend ansehen und an dem Plan und Willen Gottes für ihn vorbeileben. Über das Millennium nachzudenken und sich darüber zu informieren, ist allein deshalb von Bedeutung, weil es in Gottes Wort erwähnt wird. Zweitens, nehmen wir an, das tausendjährige Reich hat schon begonnen und wir sind gerade daran beteiligt, Jesu Herrschaft auf dieser Welt auszudehnen, wie es die Postmillennialisten, wozu auch die katholische Kirche gehört, glauben. Dann würden Gottes Prophezeiungen nur sehr unzureichend und mangelhaft eintreffen. Bis jetzt sehen wir ja noch keinen dauernden Frieden auf Erden. Wir sehen Jesus nicht herrschen und die Sünde wird eben noch nicht bestraft. Wenn das Millennium wirklich schon begonnen hat, dann würde das bedeuten, dass wir uns nicht sehr auf Gottes Wort und seine Vorhersagen verlassen können. Es kommt nur so ungefähr, wie er gesagt hat, und wir brauchen uns also nicht viel Sorgen, um die Gerichte und die zukünftigen Ereignisse zu machen. Drittens, wer meint, man solle doch die Sache mit dem Millennium auch mehr symbolisch sehen, wie die anderen Bilder in der Offenbarung, dem möchte ich eine Frage stellen. Was soll hier das Millennium symbolisieren? Wovon ist es ein Bild? Was soll hier interpretiert werden? Ich finde es sehr schwierig, Deutungen vornehmen zu wollen und bin deshalb geneigt, den Abschnitt wörtlich zu nehmen. Viertens, die Prämillennialisten glauben, dass das Millennium erst noch stattfinden wird, dass es wörtlich zu nehmen ist, was da über die tausend Jahre gesagt wird und dass dieses Reich unter der Herrschaft Jesu wirklich auf dieser Erde existieren wird. Diese Deutung erscheint sicher vielen Menschen recht unwahrscheinlich und fantastisch. Sie hat aber den Vorteil, dass sie das Wort Gottes ehrt. Und deshalb sympathisiere ich mit dieser Position. Ich glaube, wir müssen Gottes Wort immer ernst nehmen. Wir müssen uns damit beschäftigen. Wir müssen es glauben und uns in unserem ganzen Leben darauf einstellen. Viele Leute sagen uns heute, die Bibel ist nicht Gottes Wort. Sie wurde von Menschen geschrieben. Sie enthält eben auch Fehler und Widersprüche. Wir brauchen das alles nicht so ernst zu nehmen. Diese Ideen kommen vom Teufel und sind nicht wahr. Gerade in der Offenbarung kommt es darauf an, dass wir diese Zukunftsschau und die Prophezeiungen glauben und Gott ehren und ihm gehorchen. Wir beten. Herr, dein Wort ist die Wahrheit und alles, was in der Bibel steht, ist inspiriert vom Heiligen Geist. Wir wollen glauben und dir in allem vertrauen und gehorchen. Amen.